hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge von einem tutorial von farm together ja in der letzten folge haben wir eine komplett neue farm angefangen wie ihr seht habe ich jetzt hier überall blaue trauben drauf das liegt jetzt daran dass ich die farm eine ganze weile lang jetzt nicht benutzen wollte aber ich habe mich jetzt doch kurzfristig entschlossen das video zu machen weil ich ein paar sachen habe die ich euch gerne zeigen möchte erstens oben links seht ihr wie eine zeit abläuft da ist ein kleiner blitz mit so fast halben kreis noch dran das ist der booster der xp booster der ernte booster was heißt das jetzt erstens ich habe dann video zu gemacht also um alles darüber zu wissen könnt ihr euch gerne dieses video anschauen das ist in der tutorial liste zweitens um das mal kurz zu erklären wenn wir beim apfelbaum jetzt ernten wollen hier haben wir normalerweise acht dollar die wir jetzt bekommen würden und eine ein stück obst und ein xp werden wir aber jetzt ernten hier unten sieht kriegen wir schon zehn dollar zwei xp also das doppelte und die doppelte ernte also zwei obst bekommen wir dann raus jetzt habe ich auch noch schluck auf hier ich kann gar nicht mehr reden das heißt das ist für mich jetzt natürlich wunderbar weil ich mit diesen xp boost und deswegen habe ich jetzt doch noch mal ein neues video aufgenommen weil ich den rest vom boost jetzt auch noch abarbeiten wollte auf dieser fahren unterm strich könnt ihr sagen ihr kriegt dadurch auch die doppelte anzahl an edelsteine raus weil wenn ihr natürlich zweimal die ernte habt könnt ihr entsprechend doppelt so oft auf diese dinge hier draufklicken auf diese stände und habt natürlich wesentlich mehr edelsteine edelsteine thema ich wollte mal eben schauen genau wir sind jetzt schon level 3 geworden mit einmal alles komplett abernten und ihr seht für 25 edelsteine kann ich kaufen die erweiterung werde ich auch definitiv machen weil es für mich wichtig ist erstens schnell nach unten zu kommen wo das flachland ist und zweitens natürlich auch mehr platz zu haben weil die mehr platz ich habe umso mehr kann ich auch an pflanzen beziehungsweise anbauen und umso mehr ja habe ich halt zum spielen wie erzählt ich habe jetzt mit der letzten quest also rechts seht ihr erst mal ich habe eine neue quest begonnen mit salaten da muss ich jetzt mal gucken weil ich habe natürlich jetzt alles abgeerntet und wieder neu drauf gemacht dummerweise ich werde wahrscheinlich irgendwo entweder obwohl salat geht eigentlich schnell ich glaube nicht dass ich da ein neues feld mache sondern ich werde das einfach dreimal aber ernten das ist wahrscheinlich einfacher das wollte ich nicht oben rechts seht ihr die medaillen für die erste quest normalerweise bekomme ich immer eine medaille aber diesmal habe ich eine quest bekommen wo ich direkt zwei medaillen durch bekomme dementsprechend wenn ich jetzt hier oben drauf gehe kann ich ja die zapfsäule kaufen das heißt deswegen habe ich hier nämlich auch drei freigelassen ich brauche schon mal meine erste zapfsäule hier neben das heißt wenn ich jetzt hier stehe unten links seht ihr so einen aufgeladenen roten kreis der ist einmal weg wenn ich drauf drücke weil ich dann nämlich getankt habe oben links neben meinem namen beziehungsweise nicht meinen namen sondern mein bild da ist jetzt auch ja der anfang eines roten kreises also wie gesagt ist es sehr sehr wenig in diesen zapfsäulen in diesen kleinen drinnen deswegen schaut auf jeden fall dass ihr wenn ihr könnt so schnell wie möglich die medaillen zusammen bekommt für eine tankstelle da müsst ihr aber geduld haben weil es dauert leider sehr sehr lange ihr müsst immer gucken welche quest ihr aktuell habt ich glaube ich konnte sogar noch angeln oder ja ich konnte noch angeln das ist mit dem boost übrigens auch super also ihr seht jetzt unten ich habe drei fische habe jetzt einmal mit dem boost geangelt habe direkt zehn fische obwohl ich hier nur sechs felder habe also das ist richtig richtig gut ich kann jetzt hier auch die pflanzen aber ernten da bekomme ich dann 64 ep in dem fall und bin direkt schon mal ein level gestiegen immer schön gießen also wenn ich online bin dann gieße ich eigentlich bei so kleinen farmen immer schön alles weil das ist auch noch so ein tipp wenn ihr hier auf den feldern gießt dann verkürzt ihr die zeit bis ihr das ganze abernten könnt wenn ihr aber die blumen gießt das sieht man hier unten jetzt ganz schön ich habe jetzt hier noch nicht gegossen na gut da fällt es jetzt nicht so auf hier zum beispiel wenn ich jetzt hier noch einmal drauf gieße dann wird unten links dieser blaue kreis ganz voll das heißt in dem fall ist es ganz gut wenn ich zweimal gieße weil hier sieht man es an der blume die ist bald fertig und die ist aber zwischendurch mal nicht gegossen worden deswegen hat die da noch so ein bisschen gelb drin ansonsten wenn jetzt komplett grün wäre dann wäre das sozusagen die perfekt gegossene blume wenn die perfekt gegossen wird bekommt ihr genau den betrag raus der hier steht in dem fall würdet ihr dann pro blume 500 dollar kriegen das ist natürlich so eine kleine farm wahnsinnig viel je schlechter die qualität allerdings ist also je weniger ihr im endeffekt gegossen habt umso weniger bekommt ihr letztendlich auch raus ist ein bisschen blöd aber ja das ist halt nun mal so ja dann wollte ich euch noch eben zeigen wir haben jetzt hier so einiges wir haben jetzt nur stufe vier in anführungszeichen aber wir haben jetzt so einiges was wir hier noch machen können was ganz gut ist je nachdem wie lange ihr online seit sind die trauben da bekommt ihr das doppelte von dem an geld zurück was ihr eingesetzt habt plus noch mal 16 xp beziehungsweise das doppelte mit dem booster was immer gut ist ist der kürbis der dauert allerdings zwei tage deswegen ist das immer so ein bisschen wohl überlegt ihr könnt vielleicht ein kleines feld machen damit ihr dann zusätzlich immer mal so einen kleinen boost habt beim abernten das könnt ihr auf jeden fall machen ihr seht auch wir haben neue tiere dazu bekommen beziehungsweise ja eigentlich zwei weil die hühner konnten wir vorher auch nicht machen ein fisch oder müssten wir mal eben gucken dass wir das becken hier so ein bisschen erweitern die nehme ich eigentlich ganz gerne ich will hier nur nicht zu viel nehmen weil ich sonst gleich wieder pleite bin die fische klar die könnt ihr natürlich einmal dahin pflanzen sozusagen dann sind die jederzeit greifbar und angelbar wenn die fertig sind die hühner ich meine in dem fall kosten sie jetzt nicht viel weil die haben ein kleines feld aber ich lasse sie normalerweise immer ich fütter sie am anfang noch nicht weil auch diese 20 dollar die ja dann viermal glaube ich insgesamt an diesen hühnern ausgibt sind halt eben auch 20 dollar und ja das finde ich persönlich zu viel für den anfang klar wenn ihr natürlich eine quest habt und da irgendwas drin ist wo er dann was mit nun machen müsst dann auf jeden fall er bezahlt die hühner wollte ich gerade schon sagen moment nüsse habe ich jetzt glaube ich noch nichts für für die eier habe ich was aber das brauche ich noch nicht okay weil da muss man immer so ein bisschen gucken ist das lager voll ist das lager nicht voll in dem fall ist es voll aber ich also für mich ist es relativ egal weil ich habe immer noch nicht den erdnuss stand beziehungsweise nuss stand oder wie auch immer der heißt dementsprechend ist mir das jetzt egal ihr seht auch oben ich muss mich ein bisschen beeilen weil jetzt unter einer minute mein boost abläuft was ein bisschen blöd ist weil ich jetzt vorher nicht mehr die bäume abernten konnte ich hatte gehofft dass ich die in der jahreszeit noch mit dem boost machen kann hier ist leider auch nichts fertig also man bekommt immer so ein bisschen was dazu wenn man neue gebiete hier eröffnet aber ich habe es bisher noch nicht gehabt dass die schon direkt erntebar sind also dann hat man immer so eine gewisse zeit die man warten muss was ganz nett ist ist dass hier immer so ein bisschen auch ein weg das sind ich immer aber immer öfter so ein bisschen weg dabei ist die man dann auch direkt schon nutzen kann was bei mir jetzt moment allerdings ja nicht der fall ist also ich brauche das jetzt so nicht zu nutzen die zehn sekunden können jetzt ablaufen hier immer mal wieder gucken zwischendurch weil man nur wenig raus kriegt noch mal drauf drücken damit man ein bisschen mehr hat wenn ich jetzt hier stehe ich warte jetzt noch einen kleinen moment bis die restlichen sekunden hier von dem salat weg sind damit ich die alle habe wenn ich nämlich jetzt hier stehe und ich drücke jetzt auf v passiert nämlich das was ich euch schon gesagt habe und dann kommt dieser traktor raus der markiert alles von dem was ich jetzt gerade hier machen kann sprich habt ihr jetzt gesehen unten links ist jetzt neues feld dazu gekommen jetzt schon wieder sprich der markiert dieses neuner feld also dieses dreimal drei feld um mich herum automatisch ich drücke jetzt einmal und habe den ganzen salat geerntet ich drücke noch mal ich habe überall geflügt also das ist eine immense einsparung an zeit an nerven vor allen dingen das ist richtig heftig was das normalerweise an nerven kostet wenn man größere felder baut genau so kann man natürlich auch bewässern mit dem dreimal drei großen feld was ich jetzt auch mal eben tun werde weil nämlich dadurch alles wieder schneller runter läuft da ist jetzt zum beispiel eine ersparnis von knapp einer halben stunde glaube ich war es jetzt gerade und das ist schon immens muss man ja ganz ehrlich sagen das wird eben mit bewässert so und das gleiche ist natürlich dann auch bei den tieren also so könnt ihr die tiere dann auch schnell abernten und so weiter hier zum beispiel würde es sich noch nicht lohnen wenn ich jetzt drauf drücke habe ich oben nur sind fisselchen mehr es lohnt sich natürlich wenn man unbedingt darauf angewiesen ist aber ansonsten könnt ihr das ganze auch ein bisschen erst mal stehen lassen hier ist jetzt noch ein doch moment acht die werden schon das ging jetzt aber schnell so dann nehme ich die auf jeden fall erstmal weg dann könnte ich hier erst mal noch salate anpflanzen okay die sind aber zwei minuten und das ist jetzt weniger ich bin gerade am überlegen ich würde sagen ich mache jetzt hier das feld ein bisschen größer nach da auch salate drauf damit ich halt jetzt nicht zu lange warten muss bis bis ich diese quest dann halt erledigt habe das wollte ich sagen so machen wir die restlichen zwei feld das mache ich zwar eigentlich ungern ich brauche gerade am gucken also da fehlt eigentlich ein feld nach oben damit das dann gleichmäßig abernte bar ist hier ich gucke dann immer das ist auch noch ein guter tipp für euch ich gucke dann immer wenn ich diese felder anleger dass das so diese drei mal drei felder sind also jetzt haben wir links zum beispiel nur zwei felder da würde jetzt noch eine reihe fehlen und das ganze dann zum viereck und dann könnte man hier gut ernten so gucke ich dann immer danach das heißt ich würde jetzt hier noch mal so ein vierer feld machen und da oben dann eine reihe noch mal mit der hand wo ich jetzt aber keinen salat anbaue muss ich dazu sagen wenn ich dann nämlich jetzt hier so drüber fahr ja gut er markiert es jetzt gerade hier nicht weil nichts drauf ist aber wenn ich hier so drüber fahre seht ihr da muss ich vier mal abernten und dann habe ich dieses feld hier komplett geerntet und das ist dann auch das da spart man sich dann eine menge zeit ich meine so sechser felder sind noch in ordnung weil wenn man da drüber geht ja dann erntet man halt so ab aber man kann sich eine menge zeit sparen in dem man eben nicht darauf klickt darauf klickt darauf klickt weil das alles so komisch verwustelt ist sondern wirklich große ich sag mal quadratische können ja auch rechteckige sein aber so felder mit immer neun feldern ja als als bau grundlage ich weiß nicht wie ich sonst nennen soll so mache ich das definitiv immer jetzt bin ich gerade überlegen sind das ja sind die zitronenbäume werde ich die nehme ich jetzt erst mal mit nach oben nehmen was jetzt eigentlich blödsinn war weil das hätte ich natürlich jetzt auch mit dem ja mit dem traktor machen können nein stimmt es waren gar nicht so viele so genau so ist es halt auch mit den bäumen da könnt ihr dann einfach einmal rein und zack habt ihr dann die bäume abgeerntet ach so die kümmern der regen genau das wollte ich euch noch gesagt haben der regen ist euer freund ein richtig richtig guter freund weil wie ihr ja gut hier haben wir jetzt natürlich eben schon bewässert aber wie ihr sehen konntet wo wir hinten noch gestanden haben wir mussten hier nichts bewässern obwohl wir die sachen nur angepflanzt haben die sind also beim salat ist es jetzt so gewesen die sind sofort bewässert worden ihr seht das auch unten an diesen blauen da wo der tropfen ist und hier die erbsen sind noch nicht komplett bewässert die brauchen halt mehr aber ihr seht bei den erbsen gerade auch ganz speziell dass das doch recht schnell sich auffüllt und wenn ich mich richtig erinnere ich habe da noch nie so darauf geachtet aber dann regnet das meine ich die komplette jahreszeit durch wo der regen einmal eingesetzt hat und das ist auch einer der gründe gerade wenn ihr jetzt halt eine kleine farm habt warum ihr immer eure farm anstehen lassen sollte wenn ihr könnt selbst wenn ihr hier nichts macht und hier nichts ernten können nichts neu pflanzen könnt ihr habt immer den regen der dafür sorgt dass eure erträge hochkommen und und oder bei der ernte beispielsweise dass die halt eben schneller abernte bar ist und das ist richtig richtig toll also das ist ein richtig guter ach so das ist erst ab level fünf okay weil ich meine nämlich mit 50 edelsteine könnten wir die nächste holen das heißt wir müssten eigentlich jetzt unser level erhöhen das ist natürlich blöd weil wir jetzt nicht allzu viel machen können wir sehen hier unten jetzt zum beispiel wieder das ist ziemlich gut aufgefüllt dann holen wir uns wieder was hier auch immer so ein bisschen das lager natürlich im auge behalten und immer mal auf kuh drücken ich mache es auch so dass ich das hier immer gäste buch also dass ich das hier immer weg machen wollte ich sagen diese ausrufezeichen gäste buch ist nicht wichtig aber ich gucke immer dass ich ein gäste buch auf jeder farm habe ich wollte aber nicht zu beginnen weil das sind 20 edelsteine auch diese ganzen deko elemente und so was ihr hier sehen es ist alles schön es sieht gut aus und alles das gäste buch ist übrigens das einzige was man benutzen kann also da kann man sich ja eintragen aber das alles nutzt euch nichts wenn ihr jetzt hier irgendwas von kauft da kriegt der edelsteine mit da kriegt der edelsteine mit da bekommt ihr geld mit wenn ihr das benutzt da bekommt ihr nicht direkt was für aber es erhöht sich euer lager also ihr bekommt indirekt was für dadurch könnt ihr immer aktiv und euer benzin holen das heißt alles was hier ist hat irgendeinen nutzen auch die häuser die ihr hier drin seht leider jetzt nur als silhouette am anfang die haben alle ihren nutzen weil nur in den häusern bekommt ihr tickets also in den häusern und der fandleihe aber die fandleihe ist wieder so ein spezielles ding ich habe auch von beiden schon videos gemacht anleitungsvideos tipps und tricks videos wie auch immer was eine fandleihe ist wofür sie gut ist was man da alles mit machen kann und warum ihr auf jeden fall häuser bauen solltet also gerade wenn ihr mit der automatisierung anfang von eurer farm beziehungsweise vorher wenn ihr das geld schon habt baut mindestens ein haus also es kommt natürlich immer auf eure situation an wie viel geld ihr gerade habt und so weiter aber wenn ihr es könnt baut auf jeden fall mindestens ein haus so jetzt sehen wir hier zum beispiel wir haben jetzt die ersten beiden zitronenbaum und apfelbaum haben wir ja mittlerweile ein paar bäumchen jetzt haben wir hier aber neue dazu bekommen werden den mandelbaum für erdnüsse und den bürnbaum der uns auch wieder obst gibt was wir dann beides im endeffekt verwerten können wobei die erdnüsse haben wir glaube ich noch nicht freigeschaltet haben wir noch nicht freigeschaltet das heißt ich werde jetzt erstmal gucken dass ich so eine reihe bürnenbäume hier anpflanze jetzt gerade überlegen also ich es geht ja recht schnell dass wir nach unten kommen deswegen werde ich das jetzt mal ausnahmsweise hier oben neben den apfelbäumen hinstellen so und auf jeden fall dann auch die mandelbäume das müsst ihr so nicht handhaben das könnt ihr im endeffekt jeder kann das so machen wie er möchte ich mache es gerne so dass ich ein bis zwei von diesen neuner flächen baue also anfangs wenn ich jetzt noch nicht so viel geld habe baue ich halt einmal so eine neuner fläche dann kann man immer den baum schon von anfang an ein bisschen mitleveln zum einen und zum anderen wenn man wirklich mal was braucht also fürs haus zum beispiel dass man was weiß ich für irgendein rezept erdnüsse braucht ja gut für ein rezept glaube ich jetzt nicht aber zum beispiel zum malen braucht man erdnüsse hört sich jetzt ein bisschen blöd an aber ist wirklich so oder wenn man zitronen braucht die braucht man auch zum malen meine ich ich meine man kann auch zitronen malen und da braucht man dann dementsprechend zitronen was auf der einen seite logisch und irgendwie auch unlogisch ist aber egal damit wir dann halt diese ganzen sachen haben und nicht erst hier irgendwelche felder frei machen müssen um die sachen zu ernten wie jetzt zum beispiel die erdnüsse mache ich immer die bäume wobei die zitronen die bekommt ihr halt nur von den bäumen und die bekommt ihr nicht von ach die zitronen was rede ich denn hier von schwachsinn ne die die geben ja keine zitronen die geben ja äpfel ich erzähle euch hier wieder einen quatsch ja die geben äpfel also obst nicht äpfel dieses apfelsymbol halt wie komme ich denn jetzt auf zitronen ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau ja dann braucht ihr obst um zitronen zu malen ich meine es gab zitronen also da man kann so verschiedene blumen verschiedenes obst kann man auf jeden fall später malen mit der staffelei das werdet ihr dann auch recht schnell ähm feststellen ich werde jetzt erstmal die sachen hier ernten die werde ich jetzt noch nicht ernten weil ich nicht weiß was eventuell noch in der nächsten quest kommt wenn dann natürlich jetzt kommt dass ich erdnüsse abernten soll dann wäre es jetzt blöd wenn ich die jetzt gerade abgeerntet habe weil die dann nämlich nicht mehr für die quest zählen also das auch als tipp am besten immer erstmal das abernten was man für die quest braucht gerade am anfang so in dem fall jetzt nicht in dem fall muss ich jetzt wieder salat anpflanzen okay und wir haben dies heute mit dem salat moment paprika muss ich auch anpflanzen schon ist es wieder weg deswegen immer dieses anpinnen so 10 paprika wie viele haben die denn doch die bringen uns ganz gut geld also dann mache ich mal zwei und salat brauchen wir dann noch das war jetzt eigentlich ein bisschen blöd weil ich jetzt hier keinen platz mehr dafür habe aber naja gut dann muss ich das halt vorne anpflanzen ist auch nicht so schlimm da ist ja noch dieses kleine feld was wir noch nutzen konnten da habe ich mich noch gar nichts angepflanzt ihr lauft übrigens ein bisschen schneller wenn ihr nicht ihr lauft schneller wenn ihr nicht am fahren seid ja der satz der hat es jetzt also ihr lauft etwas schneller als dass ihr fährt ich habe es heute irgendwie nicht mehr mit der deutschen sprache ich weiß auch nicht warum vielleicht wenn mein hals im moment so weh tut oh ich hasse es ich meine ihr habt ja gesehen bevor ich runtergelaufen bin war das hier gelb markiert warum nimmt er dann nicht das an wir haben stufe 5 noch erreicht das ist sehr sehr schön weil ich nämlich gerade eigentlich das video beenden wollte dann schauen wir mal eben schnell uns fehlen zwei edelsteine okay dann gehen wir nochmal eben zurück dann sind es doch keine 50 dann knallt er direkt hoch von 25 auf 100 das ist natürlich nicht so schön haben wir denn irgendwas im lager ja haben wir noch müssen aber noch 30 sekunden mit warten okay ja dann würde ich sagen dass wir in der zeit die erdnüsse hier schon mal abernten jetzt können wir das hier machen so dann werde ich jetzt hier aber erstmal waren das trauben die ich jetzt doch das waren trauben mit den sechs stunden jetzt werde ich hier nochmal die trauben komplett auffüllen einfach nur aus dem grund weil ich jetzt wirklich gleich kein weiteres video mehr machen möchte aber ich wollte euch das jetzt nicht vorenthalten weil ich jetzt gerade die möglichkeit hatte euch zu zeigen ja warum man halt die edelsteine immer umwandeln sollte gerade am anfang eben wegen dem geld das können wir auch nochmal schnell um auffüllen so dann holen wir uns nochmal die fünf edelsteine dann sind wir zwar wahnsinnig knapp wieder also haben wir dann drei edelsteine aber wir brauchen die in erster linie jetzt für den anfang auch nur für die erweiterung so wunderschön jetzt ist unser land schon mal entsprechend groß man sieht es auch auf der karte und ja das ist ein schönes gebild was die hier gemacht haben aber das ist zum beispiel ein sehr sehr gutes beispiel dass man nicht so machen sollte also ich wie gesagt ich lege immer diese neuner felder an damit man das halt am schnellsten am einfachsten abernten kann da freut sich auch jeder drüber der mal zu besuch kommt auf eure farm dass er eben nicht sowas hier abernten muss weil das ist wirklich wirklich grausam die straße die könnte ich mir allerdings mitnehmen das ist ist das jetzt ein hügel nee das ist kein hügel das ist alles glatt die straße würde ich mir jetzt persönlich mitnehmen und nach oben zum feld legen glaube ich obwohl da laufe ich eigentlich ganz gut ich würde sagen ich ziehe mir jetzt erstmal auch wenn das blöd aussieht ziehe ich mir jetzt die straße erstmal hier runter das heißt das kann man übrigens auch machen dass man da muss man aber direkt auf der straße stehen mit dem traktor und wie ihr seht alles im umkreis von den anführungszeichen neun feldern also mehr war jetzt nicht im kreis wird dann direkt mit markiert und so kann man dann auch sehr gut großflächig straßen markieren und in dem fall jetzt mitnehmen so dann habe ich jetzt alles hier der markierte nämlich nicht die felder das einzige blöde ist nur dass er das dann so nicht immer so macht wie man möchte also beim hinlegen jetzt wieder weil der würde dann ein neuner feld hinlegen für diejenigen die sich jetzt fragen warum ich das jetzt so mache erstens es stört mich natürlich links ungemein dass das da so blöd drumherum ist beziehungsweise dass das feld halt ebenso blöd ist das werde ich auf jeden fall begradigen und als normales feld entweder nutzen muss ich mal schauen oder ich werde dann da bäume und blumen schon hinstellen zweitens ich wusste dass das jetzt einer zu viel sein würde zweitens auf diesen straßen lauft ihr schneller wenn ich jetzt daneben laufe seht ihr das ist langsamer wenn ich wieder drauf gehe ja ich weiß nicht ob es direkt doppelt so schnell ist aber es ist auf jeden fall schneller das sieht zwar jetzt ein bisschen blöd aus aber ich mache es jetzt mal hier hin das ist auch so eine straße wodurch das schneller ist nur eben wenn man daneben läuft ist es langsamer und da wir jetzt schon zwei erweiterungen gekauft haben ich meine hier oben kommen wir ja überall recht schnell hin egal wo man rumläuft dann brauche ich nur hier runter zu gehen und kann dann hier auf die straße drauf und kann dann dementsprechend in fast der doppelten geschwindigkeit hier runter laufen und würde dann später also jetzt ist es ja noch nicht freigeschaltet würde dann später hier hinten nämlich die apfelbäume und so weiter die ganzen baumfarmen sage ich mal abernten ich würde es auch ein bisschen anders machen also ich habe da lange mit mir gehadert beziehungsweise dran überlegt das mal von anfang an zu machen ich habe es bei einigen farmen habe ich es überlegt und dann doch wieder nicht gemacht und wir müssen übrigens noch die hühner füttern sehe ich gerade ich habe mir überlegt das dann doch mal an dieser farm auszuprobieren ob es jetzt wirklich was bringt weiß ich nicht normalerweise habe ich mal andere felder direkt von anfang an gemacht ich würde aber gerne mal zu beginnen wenn ich ein apfelfeld komplett mit den farmhelfern habe ein komplettes feld machen wo ich verschiedene bäume hin mache das heißt ich muss mal gucken ob ich dann jeweils sechs bäume von einer sorte oder 13 bäume von einer sorte machen würde weil der farmhelfer steht in der mitte und um den herum ist und 13 x 13 fällt außer halt in seiner reihe da fehlt dann halt ein platz weil er da drin steht wo man dann was an anpflanzen kann was er dann selbstständig abernt wird ich würde jetzt zum beispiel der farmhelfer würde jetzt ja gut hier ist kein feld hier stehen der würde dann nach und nach hier so rum gehen und die ganzen bäume ja alle abernten und so habe ich mir das überlegt das sind sechs bäume zufälligerweise jetzt hier so habe ich mir das nämlich überlegt entweder das so zu machen mit einer reihe oder die komplette reihe mit 13 zu machen allerdings nicht mit abfüllbäumen sondern mit den anderen bäumen also da muss ich mal schauen ich denke mal das werde ich für den zweiten farmhelfer wohl machen ich will es einfach mal austesten also ich bin ganz ehrlich ich weiß nicht ob es eine gute idee ist aber ich möchte es gerne mal austesten ach so ich wollte das jetzt weg machen da war doch gar kein ausrufezeichen ob mir das jetzt wirklich weiterhilft oder ob es vielleicht doch besser wäre wenn ich da die anderen farmen mache weil so hätte man von allen ein bisschen da drin zum abernten ist natürlich auch nicht schlecht weil wenn wir die ersten farmhelfer da rein machen also speziell dann den zweiten also der erste ist auf jeden fall für die apfelbäume weil das ist ein muss das erkläre ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten folge oh die fandleihe ist frei das ist richtig klasse also das haus werde ich auf jeden fall auch bauen wenn ich was mehr geld habe das ist auch ganz ganz wichtig jetzt aber noch nicht weil jetzt muss ich erstmal gucken dass ich das geld natürlich nehmen um andere sachen zu bauen die fandleihe ist für mich vom anfang sehr wichtig man muss sie nicht machen ich persönlich finde sie aber sehr wichtig weil man dadurch wenn man einen einzigen goldnugget die sieht man unten rechts erhöht das lager der goldnuggets um 30 wenn man einen einzigen goldnugget erhalten hat dadurch dass man die bäume abgepflanzt hat oder eben die helfer die bäume abgepflanzt haben kann man die gegen 10.000 dollar tauschen und wenn man zehn sogar von denen gesammelt hat bekommt man eine medaille was allerdings sehr lange dauert also gerade bei so einer kleinen farm bei den größeren geht das recht schnell aber bei so einer kleinen farm eben nicht aber die fandleihe hat mir schon öfter den hintern gerettet weil ein einziger nugget mal eben 10.000 drauf da könnte ich mir jetzt theoretisch das baumhaus schon von leisten ich möchte aber nicht als erstes die fandleihe machen sondern ich möchte erst einen helfer machen und dann die fandleihe weil durch den helfer kriege ich halt schneller auch die goldnuggets und dann kann ich mir auf jeden fall leisten eine fandleihe zu bauen was aber für mich persönlich sehr wichtig ist was ich definitiv machen werde ist bevor ich den farmhelfer mache noch die quest hier erledigen ein hoch auf das brautpaar damit ich noch eine zweite tankstelle bauen kann weil ihr seht ja dass das ganz ganz wenig oben immer nur größer wird mit dem benzin aber je größer die farm wird umso mehr benzin brauchen wir natürlich und wenn wir lange hier drauf arbeiten und nicht nur einmal so alles abernten brauchen wir natürlich auch eine menge benzin und die lädt sich halt eben nicht so schnell auf wie ihr seht ja das auf jeden fall noch mal ebenso als anmerkung oder kleiner tipp am rande auf jeden fall solltet ihr erst zwei von diesen tanks sollen bauen dann wenn ihr es freigeschaltet habt ich glaube ab level 20 konnte man den freischalten ja ab level 20 dann auf jeden fall schauen dass ihr den ersten farmhelfer zusammen kriegt von den medaillen her macht einfach die quests immer wieder dadurch kriegt der medaillen und durch das was wir in der nächsten folge noch sehen werden ich kann es schon mal kurz von weg nehmen ich weiß nur gerade nicht wie es aussieht als silhouette das sind diese sogenannten frucht ach da unten das sind die sogenannten fruchtpressen ab level 13 okay ab level 13 werdet ihr dann diese fruchtpressen hier bauen können und die sind richtig richtig wichtig weil durch diese fruchtpressen könnt ihr marmelade erzeugen und wenn ihr zehn marmeladen zusammen habt dann könnt ihr die am marmeladen stand den ich jetzt mit der silhouette gerade nicht auf doch das ist der hier den kriegt ihr ab level 15 sehe ich gerade dann könnt ihr mit zehn stück davon an den marmeladen stand gehen und eine medaille daraus machen und wenn ihr das so ein bisschen ja wenn das so ein bisschen flubbt sage ich jetzt mal ihr viele bäume habt gerade die apfelbäume die sind natürlich alle vier jahres ne das sind die nicht da alle vier jahreszeiten über da später gibt es noch den tamarinden baum der sehr viel mehr an geld abwirft auch alle vier jahreszeiten da ist und auch obst gibt die könnt ihr dann nehmen also die sind dann später wesentlich besser aber von anfang macht euch ein bis zwei wirklich 13 x 13 felder von diesen apfelbäumen und erntet das regelmäßig ab ich meine später kann der helfer das abernten aber erntet das regelmäßig ab dann werdet ihr ganz schnell ganz viele auch gerade mit dem booster den ihr noch halt durch das helfen auf anderen farben dazu bekommt ich verweise noch mal auf mein info video dazu dann geht das ganz schnell dass sie ganz viel von diesen obst haben dann könnt ihr das in diese fruchtpresse rein machen jeweils für 50 obst geht das dann wird das dann zerquetscht zu einer marmelade und jeweils zehn marmeladen ergeben dann eine medaille und dann habt ihr im vergleich relativ schnell die nach die medaillen drin die er dann eben auch für euren helfer braucht so ich verabschiede mich auf jeden fall für das heutige video von euch ich hoffe dass ja ihr den ein oder anderen tipp noch mitnehmen konntet und ich werde dann ein bisschen warten bis zum nächsten video bis wir dann die nächsten größeren sachen hier anbauen die nächsten gebäuden oder irgendwas wo ich dann noch was zu erzählen kann bis zum nächsten video ciao